Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung von Werther Bremen. Ich finde von Werther Bremen, Kanschan ist gut, ich rede, wegen von Freundschaft von Kasslautern und Werther Bremen. Ich weiß, dass auch beide eingeschlafen sind von dieser Freundschaft. Leider Gottes. Warum weiß ich nicht. Aber jedenfalls von Werther Bremen, genau passen, von dieser Werther Bremen. In 2022, 2023, Wissung, drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Ich habe wieder, wo mal, 2023, 2024, ich vermute ich mal von Werther Bremen, jetzt auch nicht schleicht, von neuen Regeln von Bundesliga. Ja, das ist unheimlich schwer, aber ich hoffe, dass Werther Bremen eine Bulle Siege bleibt. Ich werde dich auf die Sammler rechnen, von drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Drei plus zwei, fünf Siege, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen. Und ja, das Hören zu an, der Bälle benötigt, Abstieg, aber nochmal, das wird nicht leicht von der Bundesliga. Wird immer schwerer, immer wieder neue Regeln. Jahr von Jahr, wird schwerer, 2023, 2024, auch schon neue Regeln, mittelmäßig schwerer. Aber das schwerste Punkt ist, ist 2024, 2025, ist es tausendmal schwerer und drei oder vier Mannschaften werden absteigen. Aber, von mittelmäßig schwerer wird es zurückkommen, von 2023, 2024, und selbst von Werther Bremen, ist sehr großartig, nicht Zukunft von Bundesliga. Das werden, wenn auch gleiche für die VfB schockert werden, mussten Spiele, kämpfen, von Spielen, von zweiter Liga zu Bundesliga, Aufstieg und Abstieg. Aber bei der Platzring 16, werden von Werther Bremen, das seht schon, wohin sowas ist. Aber ein paar Punkte, ich sammeln rechnen, Beispiel, das klingt wie Abstieg. Das finde ich jedenfalls, aber das, ich bin hin und her gerissen, wegen Karl Lautern, ich Fan bin und Fan von Schaft, so tun es, von Karl Lautern und Werther Bremen. Ja, das wird immer schwerer, selbst von zweiter Liga wird schwerer, aber zweiter Liga bin ich noch nicht. Die zweite Liga ist genau in der Mitte und da wird richtige Kopf-zu-Kopf-Rennen. Aber diesmal bin ich Bundesliga. Werther Bremen werden von dieser Saison 2023-2024 mein Tabellablass Rang 16 werden. Werther Bremen, von Karl Sion, muss noch spielen, von Abstieg oder, wenn ein Sieg ist, Bundesliga bleiben. Gleiche wie die zweite Bundesliga ebenfalls auch so tun. Aber von sich, von Werther Bremen, nicht so richtig von Zukunft Bundesliga. Ich weiß, was FIFA gehalten hat. Irgendwann wird türkische München, wird auch wieder aufsteigen zur dritten Liga hoch. RB Leipzig ist schon Bundesliga. Wolfsburg bleiben Bundesliga. Alle von Konsolenvereinen, um mehr Geld zu haben, werden Bundesliga bleiben. Genau von dieser Zukunft. Ich weiß, dass FIFA so gankt. Leider Gottes. Ist leider Wahrheit. Ich will meine Videos, was ich mache, von meiner Meinung beispiele, von Werther Bremen beispiele oder anderen Vereins. Kann ich euch sehr schön euch sagen. Es tut mir auch sehr leid, ich Mannschaft nicht schlecht rede, aber ich weiß, was FIFA denkt. Warum immer so viel Geld? Das weiß ich nicht warum. Von Konsolenvereinen und mehr Geld hat. Klar, Bundesliga nur Topsvereinen und mehr Geld hat. Ja, Werther Bremen ist die von Zukunft zweiter Bundesliga. Gleiche wie Köln und andere nach und nach Fußballmannschaften und von Bundesliga. Ja, aber es tut mir auch sehr leid. Ja, jedenfalls. Ich will mich selbst gerade durchlaufen. Ich mag gerade dieses Video wieder Schluss machen. Und dann gerne mir abonnieren, lieber Werther Bremen und Kirche Glocke anmachen. Eure Dörmchen und Eure Meinungen in Kommentare reinschreiben. Alle Fußballmannschaften, was ich aufgenommen habe. Von meiner Meinung oder von Karl Lautern oder von Köln oder von Köln oder von LFC Köln. Ich kann gerne euch eure Meinungen in Kommentare anschreiben. Viel Spaß in diesem Video. Lieber Werther Bremen. Vielen Dank! Vielen Dank.